Und die 0,6 Meter pro Sekunde bis 1 Meter pro Sekunde. Also tolle Verhältnisse zum Skispringen. So Marco Grigoli, er ist wohl jetzt wieder einigermaßen gesund, weil den ganzen Winter über, auch teilweise bis zum August, war er nicht fit. Und trotzdem hat er sich immer wieder gezeigt, so nach dem Motto, wer rastet, der rostet, dann komme ich nicht weiter. Nur wenn du nicht fit bist und dann trotzdem das mit Gewalt willst, dann geht es auch nicht.